Die ganze Bildungswelt spricht von MOOCs. Aber was sind MOOCs eigentlich? MOOCs sind Massive. Open, Online, Courses. MOOCs sind Massive, weil sie darauf ausgelegt sind, viele Teilnehmende an vielen verschiedenen Orten zu erreichen. Für einen der größten bisherigen MOOCs kamen fast 400.000 Studierende aus über 153 verschiedenen Ländern zusammen. MOOCs sind Open. Und das sogar auf zwei Ebenen. Denn es kann nicht nur jeder, unabhängig von vorherigen Bildungsabschlüssen und Qualifikationen, mitmachen, sondern auch die Lehrinhalte sind offen. Das heißt, sie stehen jedem kostenlos zur Verfügung. MOOCs sind Online. Na klar, weil sie online, also im Internet, angeboten werden. Über sogenannte MOOC-Plattformen und andere Webseiten sind die Kurse während ihrer Laufzeit für alle Teilnehmenden unabhängig von Raum und Zeit jederzeit verfügbar. Und Courses. Kurse halt. Das heißt, anders als soziale Netzwerke und Webseiten haben die MOOCs einen festgelegten Start- und Endtermin. Die gesammelten Lehrmaterialien sind oft jedoch auch nach Ende des Kurses weiterhin abrufbar. Gibt es denn verschiedene MOOC-Typen? Generell unterscheidet man zwischen X-MOOCs und C-MOOCs. X-MOOCs sind eigentlich klassische Vorlesungen, deren Aufzeichnungen im Internet veröffentlicht werden. Der Fokus liegt auf der Wissensvermittlung. Interaktivität spielt in dieser Art MOOC kaum eine Rolle. Ihren Namen haben die X-MOOCs übrigens aus der Anfangszeit der MOOCs, als Universitäten wie Harvard und Stanford begannen, ihre Kurse zu filmen und online zu veröffentlichen. Zur Kennzeichnung dieser Kurse wurde dem eigentlichen Kursnamen einfach ein X für Extension angefügt. Im Gegensatz zu den X-MOOCs ähneln die C-MOOCs in ihrer dezentralen Struktur einem Seminar. Es soll ein Wissensaustausch zwischen den Teilnehmenden stattfinden. Daher auch das C von CONNECT. Die Studierenden interagieren und erstellen zusätzliche Lernmaterialien, wie zum Beispiel Videos und Blog-Einträge, die zur inhaltlichen Fortentwicklung des Kurses beitragen. Das also sind MOOCs. Aber wer produziert MOOCs? Für wen sind MOOCs gemacht? Wie kann ich an einem MOOC teilnehmen? Und wie funktionieren MOOCs? Mehr dazu im folgenden Text und auf werkstatt.bpb.de Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020